Hallo zusammen und willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es darum, wie man eine Sequenz exportieren kann. Das heißt, wie wir eben aus einem so einem animierten Zeug auch wirklich einen Film machen. Warum würde ich sowas tun wollen? Ich kann doch einfach diese Sequenz hier ingame benutzen. Ja, ist korrekt. Aber manchmal möchte man vielleicht auch einfach Filme mit der Unreal Engine machen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das wird tatsächlich schon gemacht. Manche Filme werden mit der Unreal Engine gemacht, beziehungsweise vor allem manche Kurzfilme. Das heißt, wenn ihr irgendwie ambitionierte Videokünstler seid, vielleicht auch YouTuber, dann ist vielleicht die Unreal Engine genau das Richtige für euch. Und ihr könnt einfach mit der Unreal Engine tatsächlich eure Filme machen. Ansonsten kann man auch das Ganze als Video exportieren und dann vielleicht als Video in Unreal Engine einbinden. Man kann hier nämlich über Track auch Media Tracks einfügen und darüber kann man natürlich auch Videos einbinden. Warum sollte man sowas tun? Erst eine Sequenz aufwendig animieren und so weiter und so fort. Und dann doch als Video exportieren und dann als Video anzeigen. Naja, Sinn ist ganz einfach der, dass man, wenn man das Ganze als Video hat und man hat zum Beispiel jetzt diesen Charakter hier, diesen, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, damit. Okay, man hat vielleicht diesen Charakter hier nur genau in dieser Zwischensequenz. Und ansonsten hat man diesen Charakter nirgendwo. Dann macht es Sinn, also ihr erinnert euch, dieser Charakter alleine hatte zwei Gigabyte. Wenn man jetzt ein paar von diesen Charakteren hat und die kommen halt nur in der Sequenz vor, dann macht es vielleicht Sinn, das ganze Ding zu rendern und anschließend nur als Video einzupacken. Und dann muss man nämlich die Charaktere so nicht mehr ausschiffen sozusagen. Sie müssen nicht mehr im Spiel mitgeliefert werden, sondern nur noch der Film muss mitgeliefert werden. Dadurch sagen wir mal, der Film hat, keine Ahnung, 100 Megabyte, das ist schon sehr, sehr groß. Aber dadurch sparen wir uns im Endeffekt dann circa 2 Gigabyte Speicherplatz für einen Charakter, wenn der wirklich halt da nur drin vorkommt. Und das ist dann natürlich schon einiges. Das heißt, wir hätten hier die Möglichkeit, sehr, sehr viel Speicher zu sparen und nicht irgendwie Spiele zu produzieren, die 200, 300 Gigabyte groß sind, sondern halt doch noch ein kleines bisschen auf die Festplatte drauf zu achten. Denn, ja, man sagt zwar immer, man hat unendlich viel Festplatten speichert, das stimmt aber einfach nicht. Er ist halt doch limitiert und man hat auch noch was anderes wie Spiele auf seinem Rechner. Also zeige ich euch heute erstmal warum natürlich, das habe ich euch gerade erzählt und wie wir das Ganze machen. Und dazu machen wir hier einfach Render this movie to a video or image frame sequence. Und da können wir draufklicken und dann kommt das Ding hier. Da können wir angeben, was wir gerne haben wollen. Wir können das Ganze als Videosequenz exportieren, das ist dann ein ganz normales Video. Oder wir können es in Einzelbilder exportieren. PNG ist verlustlos, das heißt, die Qualität bleibt vollständig erhalten. JPEG ist nicht verlustlos und BMP würde ich euch nicht empfehlen. Das heißt, bei JPEG geht halt die Qualität verloren, ist aber dafür weniger Platz, den ihr verbraucht. PNG, wenn ihr es als Bilder haben wollt oder ansonsten natürlich Video Sequenz. Dann könnt ihr hier die Frame Rate eingeben, das heißt, wie viele FPS wollt ihr sozusagen haben in eurem Video. Normalerweise 60, manche wollen auch 120 haben. Dann könnt ihr angeben, was ihr für eine Auflösung für euer Video haben wollt. Normalerweise solltet ihr heutzutage auf jeden Fall 4K unterstützen. Ah, und noch ein Vorteil, warum ihr hier das Ganze rendern solltet und anschließend zeigen solltet. Oder könnt zumindest. Wenn ihr das Ganze rendert, dann dauert das. Sagen wir mal, ihr habt einen Film von 5 Minuten. Also das ist jetzt ein relativ theoretisches Video, merke ich gerade. Aber so viel gibt es halt nicht zu sagen. Sagen wir mal, ihr habt ein Video von 5 Minuten. Wenn ihr es rendert, habt ihr dafür 50 Stunden Zeit, um dieses Video zu rendern. Und dann habt ihr es in vollster Qualität, absolut alles wunderschön, hochauflösend, perfekt und so weiter und so fort. Wenn ihr das Ganze ingame animiert, also sprich diese Animation einfach ablaufen lasst und das nicht gerendert ist, dann ist es auch kein Film, sprich der Rechner von demjenigen, der spielt, muss das Ganze berechnen. Sprich, wenn da aufwendigste Sachen passieren, dann kann es anfangen, dass die Videosequenz anfängt zu ruckeln. Weil die Animation von mir aus anfängt zu ruckeln. Sprich, derjenige muss die Auflösung runterstellen, wegen dem Video zum Beispiel. Und das kann sehr frustrierend sein, das heißt, ihr könnt hier sozusagen, weil ich meine, wenn man es ingame anguckt, dieses 5 Minuten Ding, dann hat man auch wirklich nur 5 Minuten Zeit, zum das Ding rendern sozusagen. Und ja, das Ganze muss in Echtzeit passieren, sagt man auch. Okay, Burn-in-Options, was sind Burn-ins? Burn-ins sind sozusagen kleine Texte, das heißt, ich kann hier sagen, ich möchte einen Text angeben und möchte sagen, ich möchte einen Wassermark oder ich möchte von mir aus eine Zeit angeben oder irgendwelche anderen Sachen, hier kann ich angeben, wo ich das Ganze haben möchte. Also ich kann sozusagen einfach mal einen Text reinschreiben, kann hier auch noch Font auswählen, also die Schriftart auswählen, das sind Burn-ins, also sozusagen einfach so kleine Textnotizen in dem Video. Wahrscheinlich brauchen das die wenigsten von euch, aber die Option existiert auf jeden Fall. Dann Video Encoding, Use Compression würde ich euch empfehlen, aber ich würde hier die Qualität auf 100 Stellen, dauert natürlich ein bisschen länger. Hier könnt ihr den Codec angeben, ich würde es einfach mal leer lassen, dann könnt ihr das Ganze auch von Hand machen. So, ja, hier könnt ihr den Dateinamen bestimmen, also wo ihr das Ganze haben wollt. Wenn ihr hier drüber fahrt, dann erfahrt ihr, was die einzelnen Sachen sind, also welche Framerate ihr beim Capturen hattet, welcher Frame gerade ausgegeben wird. Das ist sozusagen die Möglichkeit, wie das ganze Ding automatisch benannt wird. Ihr könnt aber auch einfach einen Namen eingeben, wie Hans-Dieter, was weiß ich was. Dann wird halt dieser Name für euren Film benutzt. Aber wir können das Ganze eben auch über diese eckigen Klammern. Mit World können wir hier sozusagen den Dateinamen automatisch von Unreal generieren lassen. Ja, das brauchen wir eigentlich relativ selten. Hier die Sequence brauchen wir eigentlich auch nicht und eben dieses Cinematic. Genau, und die Animation logischerweise, Use Custom Start Frame ist alles in Ordnung. Kann man eigentlich genau so lassen. Hier könnt ihr angeben, von wo bis wo gerendert werden soll. Und dann könnt ihr hier einfach auf Capture Movie klicken. Okay, davor sollte man vielleicht noch saven. Und dann wird das ganze Ding gerendert. Ja, und wir sehen hier, hier oben ist die Preview. Und ihr seht, das Ganze läuft deutlich langsamer ab, als in Echtzeit. Das liegt eben daran, wie ich gerade schon gesagt habe, dass wir das Ganze nicht in Echtzeit rendern müssen. Sprich, wir können für alles die höchsten Einstellungen verwenden. Und das ist natürlich dann auch ziemlich cool. Ähm, ja, wie gesagt, die sehen dann meistens besser aus als Ingame-Grafik. Und da ist übrigens auch der Punkt, wo euch die Trailer immer völlig verarschen. Denn die geben euch normalerweise keine Ingame-Grafik, sondern halt einfach nur die Grafik hiervon. Ähm, sprich, vollste Qualität, alles, Maximum hoch. Das sind dann diese, ähm, Gameplay-Trailer, von denen man immer redet. Aber die sind halt dann doch nicht Ingame-Grafik, sondern halt, ähm, Max-Settings, alles und so weiter und so fort. Aber, okay. Ja, und das ist alles, was ich euch zum Rendern erzählen möchte. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Nächstes Mal geht's weiter, wahrscheinlich mit ein paar kürzeren Videos. Und, ähm, dann noch mit ein paar längeren, wie kann man Sequenzen aus, äh, aus Blueprints triggern. Wie kann man Blueprints aus Sequenzen ansprechen. Äh, Anwendungsfälle kommen dann auch dabei. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.